In diesem Video zeige ich dir zwei kurze, einfach, aber super wichtige Tipps für dein Timing und wie du Timing-Probleme beheben kannst. Außerdem passiert gleich was echt Mysteriöses und am Ende des Videos habe ich eine coole Überraschung für dich. Also unbedingt dranbleiben! Hi YouTube, Jochen hier von Schlagzeug-Video-Coach.de. Timing ist natürlich für uns Schlagzeuger essentiell, wir müssen uns damit befassen. Wenn wir alles richtig machen, aber irgendwie das Timing nicht gut ist, dann ist der Rest auch nicht gut. Und deswegen lohnt es sich immer, hier sich damit zu beschäftigen. Genau das werden wir tun. Ich habe zwei richtig gute Ideen für dich und wenn ich jetzt gleich mit dem Finger schnipse, dann passiert noch was echt Merkwürdiges. Ich habe nämlich geübt, dass ich dann direkt umstellen kann, dass mein Bart kürzer wird. Es geht los. Stell dir vor, ein Schlagzeuger verspielt sich folgendermaßen. Selbst der unmusikalischste Klotz merkt, dass hier was überhaupt nicht stimmt. Und es fällt auf, weil das Timing hier komplett flötend geht. Es gibt eine Unterbrechung, die also überhaupt nicht überhörbar ist. Ein weiterer Verspieler sieht vielleicht so aus. Ist es dir überhaupt aufgefallen, 99% vom Publikum hätten nicht gemerkt, dass ich eigentlich hier auf den Toms was anderes vorhatte. Warum? Weil ich also hier trotzdem im Spielfluss geblieben bin. Das Timing und der Puls waren weiterhin sauber da. Wir denken also im besten Fall nicht mehr in einzelnen Phrasen oder Filinsfiguren oder sogar einzelnen Schlägen. Auch die Instrumente sind gar nicht so wichtig. Also wo ich hier was spiele, das ist meiner Meinung nach viel besser, wenn wir uns auf die Time konzentrieren, uns immer den Puls vor Augen führen und im Spielfluss, im Flow bleiben. So bleiben wir auch in der Spur, wenn eben mal was nicht funktioniert. Der nächste Tipp hilft bei Temposchwankungen, Infillins oder eben bei Unterbrechungen. Also sprich, du hast eine Pause im jeweiligen Song oder im jeweiligen Groove-Ablauf und dadurch ändert sich das Timing oder du schaffst es nicht wieder so richtig gut reinzukommen. Dabei hilft einfach möglichst die Spannung im Körper zu halten und sozusagen den Motor laufen zu lassen. Das kannst du machen über eben eine bestimmte Bewegung, also dass du in dem Groove-Gefühl bleibst oder aber du stellst dir vor, es spielt ein zweiter Drummer den Groove einfach weiter. 1, 2, 3 1, 2, 3 Der Bad ist wieder lang und das, was du gerade gesehen hast, sind mini kleine Ausschnitte aus meinem neuen Kurs Mastering Time, also ein Online-Videokurs, die Masterclass für dein Timing und das Spielen mit Metronom. Und wenn du Lust auf noch mehr Gratis-Lessons aus dem Kurs und Ausschnitte hast, dann habe ich jetzt was für dich und zwar kann sich jeder, der möchte, nur mit seiner E-Mail-Adresse anmelden und erhält einen Zugang zum Mitgliederbereich von schlagzeug-videocoach.de. Für einen Monat kann man sich dann also diese Testversion des Kurses anschauen. Es gibt also ca. 30 Minuten an Videomaterial. Es gibt ein paar PDF- und MP3-Beispiele, so dass man einfach einen Einblick zum Kurs bekommt. Aber ich habe auch wirklich Wert darauf gelegt, dass diese Lessons so für sich auch einfach einen gewissen Lerneffekt haben. Das gilt bis auf Weiteres, also auch wenn du dieses YouTube-Video hier erst später siehst. Das Ganze ist wirklich komplett kostenlos. Es ist kein Abo, es gibt keine Tricks. Es läuft automatisch nach einem Monat aus. Du musst dafür nichts weiter tun. Es ist einfach ein Angebot von mir an alle, die sich für Timing interessieren. Der ganze Kurs ist ab heute, also mit dem Datum dieses YouTube-Videos verfügbar. Als Startangebot gibt es für ganz kurze Zeit eine Rabattaktion von 20%. Wer sich also dafür interessiert, schau einfach mal vorbei. Auf der Webseite findest du alle Infos, was im Kurs ist, worum es mir dabei geht. Alle wichtigen Links zum Kurs und zur Testversion wie immer in der Videobeschreibung und im obersten angepinnten Kommentar. Wenn du Fragen zum Kurs hast oder zum Thema Timing oder was dich gerade beschäftigt, dann jederzeit gerne. Du kannst mich anschreiben über die Webseite oder du kommentierst unter dem betreffenden Video. Ich freue mich immer von dir zu lesen und zu hören. Lass mir gerne ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat, die Timing-Tipps. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute, dranbleiben und wir sehen uns im nächsten Video.